hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von let's play pokémon smart edition das noch channel randomized und ja wir waren gerade dabei die ganzen pokémon trainer hier zu besiegen das war die uschi mit dem kamau ich weiß nicht was er hat werden wir einfach mal zu grinsie wechseln das wollen wir uns natürlich hier das den äther und doppelkampf sehe ich schon das ist auch jemand der kämpfen will nein wo er will kämpfen ja so cool hier weil überall asche runterfällt das ist cool so was wir auch richtig stark in unserem team das würde mir sehr gefallen dann hätten wir schon mal ein zweit drittes drachen pokémon ich habe ja schon zwei mit latias und ich überlegen gerade ich könnte ja mal im drachenkampf machen bei dem doppelkampf weil ich einfach mal kämpfe immer mit ray und naga es wird fast ein dreierkampf schade so gut fast die gleiche animation das ist ein doofes team weil die können beide finale lernen das ist doch das war pfangs pfangs kaputt machen genau das ist schon mal sehr schön so sondern wiedersehen sondern aber schade wachst ihr mich zu vergiften mein freund und wüster und die welle müsste eigentlich reichen wenn es trifft und genug abzieht mal so eine glücksattacke sondern dann hat es dann zerlegt und jetzt oh ninja ist das ist auch schön wie wir das thema abzieht die hälfte ok das ist doch drang brett und ich bin noch schneller na gut ich bin noch zehn level über dem so kämpfe und nina boy lung ich glaube in saphir ist der alleine das sieht mich nur wie ich hier wieder rauskomme pokémon tolle still nun ja mal dragon rage drauf ich sehe nichts doch da iron defense schwister und dann ist es besiegt und dann haben wir auch schon wieder vier minuten rum super noch was auf juri dass man auch mal wieder kämpfen muss ja nicht alles ray machen gluht gluht ja bitte was du hast es nicht gewonnen hättet das ist ein bisschen enttäuschend aber naja geht die welt auch nicht von unter mit so ein kapitel nur noch verzweifler das wäre vielleicht ein wenig fernig wieder hoch muss dann mal hin das ist doch mal was feines super repeln ist ja auch super die hatte ich besiegt ihn auch der doppelkampf hatte ich auch schon dann werde ich mich jetzt noch mal heilen gehen halt stopp so gibt es auch noch trainer na das ist so fein so kann man das mal schon besiegen wir einfach mal mit twister ich glaube nicht dass es mit einmal twister besiegt ist doch ist es windhose ich würde gerne mal eine richtige attacke lernen hier sowas du musst auch was da noch ein doch aber doch nicht ich dachte hier wäre noch eine gewesen aber war doch nur der eine der hier auf dem riesigen feld rumturmt gut um die heil mich mal so und dann können wir auch schon zu team aqua oder magma gehen ich weiß nicht ich tippe mal magma das ist ja das magd ich bin mir nicht sicher welches team jetzt rum wer kam denn eigentlich ich hoffe durch die komische feuerhöhle ja und es kommt ein wildes porygon 2 super das ist mir noch recht mir noch mal unter die nase ja vorhin ach ein glück dass ich sowas nicht gefunden habe biedel stärke habe ich nicht bei könnte ich aber mal jemanden beibringen hier ist auch wieder so eine latias höhle naja es wird eigentlich grau grau dann müsste noch fehlen und drei katze mew to mew sehle wie alles sowas das wäre noch cool das habe ich aber das habe ich auch noch keinen endlich secure und reich hoch nicht so und ich habe ich besiegt jetzt kann man endlich hier mit der bahn fahren so mit handel ich erstmal die gondel wieder und dann geht es weiter keine ahnung womit die anfangen aber reich ist sicher eine gute wahl hier ist noch nicht raus gegen wen ich kämpfe werde ich erst ok ich werde gegen team magma kämpfen das heißt feuerh ich habe glaube ich kein wasser pokemon mit nur eis und das bringt mich doppelkampf gegen die die doch ob psycho feuer und elektro ich werde das fälschen mit wasser wär echt von vorteil aber ich habe ja hier re der macht das switchen wir einfach mal mit luminor der haut die kleinen erstmal alle weg Ich mache hier Einzelkämpfe. Ich habe keine Lust auf einen Doppelkampf. Das ist einfach zu gefährlich. Oh, ein schönes Kamaupp. Nicht sehr viel die Vorte vergiftet. Die Decke ist für mich einfach... Ich weiß nicht, ob die hier schon Magma-Typen können. Beim nächsten probiere ich einfach mal ein Pfund aus. Wie viel das abzieht am Anfang. Ich hoffe, ich glaube nicht, dass in diesem Part alle Magma-Typen noch besiegen kann. Aber ich möchte gerne noch ein Pokémon fangen, was es da unten gibt, in dem nächsten Gebiet. Ich glaube, drei können es noch werden jetzt in den nächsten Parts. Na gut, erstmal noch die Arena schaffen. Da habe ich hier eigentlich eine gute Ausgangsposition mit den Pokémon, die ich auf der Box habe und die ich... Ich bin müde, die ich mit habe. Gut, das könnte eigentlich das Schlamm-Batschen schaffen. Auf dem... Für das Level 20, dem hat es genauso viel gezogen. Haben die ja eigentlich kein Pfiffchen oder was? Noch eins. Für die Leute, die da haben sie mehr. Ich lasse die einfach mal. Gut, na, hoffentlich schaffe ich den Typen hier noch. Und das ist besiegt. Schöne 414, dass da gut da ist. Da kann ich auch schon Schlamm-Batschen einsetzen. Da habe ich noch Step. Genau, das besiegt das Fühlt einmal. Noch eins. Nein, zu wird. Pfund. Bildschlag, sowas für mein Dragoran. Nicht schlecht. Gut. So, dann werden wir gleich mal Ray nach vorne sitzen. Wir haben noch zweieinhalb Minuten. Na ja, das wird knapp, aber Ray. Boah, die hast mir hier alle weg. Also ja, Magma-Boss. Wir machen ein bisschen schneller. Bla bla bla. Erzähl ruhig. Die Magma sind nicht cool. Die Magma ist scheiße. Schick bis zum Auge. Maxi, Maxi. Oh Gott. Da müsste eigentlich noch ein Cam-Hood und hat der noch ein Golbert. Ich weiß es nicht. Die Golbert werde ich vielleicht sogar als anderes einsetzen. Nämlich mein... Na. Hier ist es gleich. Ähm. Schleppke. So, das ist schon mal besiegt. Jetzt hätten wir ein Zubert. Trotzdem. Trotzdem können sie einsetzen. Wäre auch blöd, wenn ich... Ich weiß jetzt nicht, ob Cam-Hood... ...ne... 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 ...de Dings-Strike kann. Eine Stein-Attacke. Dann wäre Ray vielleicht nicht so die gute Wahl. Dann werde ich vielleicht doch... ...nager einsetzen. Cam-Hood, ja. Setzen wir doch nager ein. Los nager! Ja. Drang-Breath... Also, ich dürfte auch keine Un-Licht-Attacke... ...so was wie Bisse oder so. Dürfte auch nicht haben. Drang-Breath drauf. Ticken. Ja. Schönen Super-Trank drauf. Ja, nimm ruhig den Super-Trank auf den Cam-Rubbed. Das bringt dir eh nichts mehr. Da müsstest du jetzt ja noch einen einsetzen, sonst bist du nämlich besiegt. Du hast keinen mehr. Das ist natürlich schade. Cam-Rubbed. Jetzt ist es eh viel cooler. So, Maxi haben wir besiegt. What? 2000 Pokodollar. Das ist doch mal fein. Ja, jetzt erzählt er mir. Ja, cool. Hi, ich bin dein Kumpel. So. Jetzt haben wir hier einen Medoiden. Nein, den nehm ich mit. Kriege ich nämlich die schönen Themen rück, ja. Dann werde ich hier einen Schnitt machen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich mir neue Pokémon fange. Bis dann. Bis dann. Um. Ja.